Loll, ich dachte jetzt ohne Scheiß, hier kommt eine Fehlermeldung auf mein PC. Hallo meine Freunde, ihr solltet heute reagieren wir auf eure Hure, geht auch verflugt in die Tendo-Werbung. Geil, machen wir jetzt mal. Oh, das ist ein Flötenspiel, da muss ich sagen, da können viele, viele Künstler eine ganz große Scheibe abschneiden. Ich kann auch Instrumente spielen, und zwar, das Instrument nenne ich Lebende Gurgel und das geht so. Hallo meine Freunde der Sonne, wollte ich mich jetzt bei Supertalent melden, ja, die haben mich dann eher ins Krankenhaus gebracht, mit Gummi überall, ich weiß nicht wieso. Das könnte ich sein, mit dem Kopf durch die Wand. Ich will das nicht machen. Mach das nicht. Sag mal, wenn ich das jetzt gerade so sehe, es gibt ja so Challenges auf TikTok, damals gab es die, wo die zum Beispiel von einer Spülmaschine die Tabs auf die Zunge gelegt haben und dann irgendwann ausgespuckt haben. Wie kommt man denn überhaupt auf solche Challenges und wieso macht man bei so einem Scheiß mit? Ist ja nicht so, dass es vollkommen giftig ist. Klar, wenn ich so einen Tab sehe, sieht halt aus wie die Kau-Leck-Bong-Bongs, ja, Kau-Leck-Bong-Bongs, ja, das ist genau, Gesundheit. Und, klar, sehen die lecker aus, aber ich lege sie mir doch nicht auf die Zunge und denke mir so, ach ja, geile Challenge, mach ich mal mit. Da kann ich mich ja, da kann ich ja gleich irgendwie auf die Gleise gehen und Video machen und auf den Zug warten. Kommt auf dasselbe hinaus. Das ist nicht okay. Ich kann die Tumor fühlen, die auf meiner Beine. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Geht, wo du willst, willst du gehen? Geht, was du willst. Geht, was du willst. Wann, bin ich ein Monke? Hier, wir gehen. Shut the f**k up. Passiert mal jeden Tag, dass mein Haus wegfliegt. Das hab ich nicht so gemein, tut mir leid. Hallah. Ja, ha. Ich bin der Günther. Bin 21 Jahre jung und heiße Detlef. Hallihallo. Hübsch. Tschuldigung. Hübsch. 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 Tuck. Good night, Mario, said Luigi. Sweet dreams, Luigi, said Mario. And that's when something quite strange began to happen. See you next time. Pikachu, roll it in. He talks to Pikachu. Pikachu listens. Pikachu, come here. Pikachu, do a flare. Oh. Das ist, das ist noch ein Flaster drauf und dann geht's wieder weiter. Green is better than dirty. And dirty is meaner than clean. And dirty is meaner than clean. Hm? Hallo. Kubi verpiss dich. Oh. Auf Discord. Was ist das? 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 Alright, boys. Let's see a Terminator do that, eh? Es war in diesem Moment, dass er wusste, dass er... Ich dachte jetzt, ohne Scheiß, hier kommt eine Fehlermeldung auf mein PC. Ich war gerade mal, dass ich too much cringe gelesen habe. Ich dachte jetzt, ey, klar, so eine Fehlermeldung kommt auf das jetzt auf meinem PC. Da kommt eher, ja, macht die Facecam aus, die will keiner sehen. Aber ich dachte, das ist gerade, hä? Jetzt los? Monkey. Sonic has gone on record saying that his team is destined for victory. Would you like to comment to that? Sonic the Hedgehog, you got a small dick. It's the size of this walnut except way smaller. Here's what my dog looks like. It's a rat. Yeah! Oh, my God! Yeah! Thank God I'm blind. I'm blind. I'm blind. I'm blind. I'm blind. Aber, aber ohne Scheiß, so könnte wirklich unsere ähm... Generation, die züchten wir ja gerade so ein bisschen an, ne? In Genlabors, ne? Ne, ne? Also die kommt dann raus aus Mutti so blub. Und die züchten wir ja wirklich an. Also ich glaube so, unsere Generation, wenn die so ähm... 50 werden, älter werden wir nicht mehr. Ja, so wie wir uns ernähren. Ähm, dass sie wirklich so ganze Zeit vor der Konsole oder auch TikTok. Hallo meine Freunde, hier ist John. Heute machen wir mal wieder ein schönes TikTok-Video. Und jetzt zeige ich euch, wie ich meine Freundinnen verarsche. Ne? Glaube ich schon. Glaube ich schon. Oder hier, ne? Die ganzen Betreuer dann im Altenheim, die werden nur verarscht. Die ganze Zeit nur verarscht. DAS DAS O GOD NOOO! ARAAA! 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 Nintendo Entertainment System! ZEALDA! Buhuhuhuhuhuhuhuh! Mamma mia! Asterix! We. WAP! OH MY GOD! OH NO! OH TAKE CARE OF THIS! Entschuldigung. Oh. Oh, okay. Achso. Seid natürlich doof, wenn man dann im Flugzeug ist und man muss abspringen und dann hat man anstatt seinen Fallschirm einen Rucksack mitgenommen, ne, dann stehst du dann halt so da, ja, wie soll ich denn jetzt hier abspringen, ich habe ja keinen Fallschirm, ne, das ist halt doof dann, ne. Muffin ist ein Tabby, Buddy ist ein Betriever, und Kirby ist ein... ... ... ... ... ... Sie können unglaubliche Power-Up-Möse und neue Mario-Power-Tennis benutzen. Woh-oh-oh! 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 Get down on the ground! Wo ist niemand? You'll never take me alive! Open fire! What? Hey, Plumberboy! Mustache Man! Your worst nightmare has arrived! I don't care! Woh-oh-oh! Did you see the latest Nintendo Newsletter? Whoa! Nice graphic! This isn't very good! It's the Legend of Zelda and it's really rad! Those creatures from Gyana are pretty bad! ...Opturox Tektank's Leibers, too! ...Worlds will help our hero forces dream on the air! Come on! I can't move anywhere Defeated NOW BITCH You water skit Ma What 911, what's your emergency? HALLELUJAH, HOLY F*** OH, HELL NO Would you like some Fingies? Ja, das ist das erste was man auch beim Date fragen sollte. Da kommt er definitiv voran. Ähm, ja ich war jetzt deshalb furcht schon mal im Krankenhaus, aber das ist sowieso ne? Wenn du hingehst hier, pass mal auf. Wir sitzen jetzt hier bei McDonalds, du bezahlst natürlich, weil ich hab mein Portemonnaie vergessen. Willst du mal mein sehen? Ne? Es ist immer so, das klappt heutzutage, ich glaub wirklich. HALLELUJAH, HOLY F*** Wunderschön WE'LL ALWAYS LOOOO MAMMA MIA YOU ARE ALSO UGLY Look at this dude What? Und jetzt haben wir den neuen Gapen HALLELUJAH, HALLELUJAH, HALLELUJAH Toll, das ist so schön. Hi everyone, I'm Shigeru Miyamoto Ja, sehr geil, wie du übersetzt. Vielen, vielen Dank für die Arbeit. Wenn ihr die übersetzten Videos sehen wollt, guckt einfach in meiner Videobeschreibung, wenn ihr die Original sehen wollt. Guckt einfach auf den Channel vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Nackt ohne Klamotten. Und ohne Gehirnzellen. Die habe ich ja schon nicht mehr. Das ist ja scheiße. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.